Hallo, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber wir sind hier bei GTA Online. Ja, Spongebob ist natürlich heute wieder mal mit dabei, wie immer eigentlich oder meistens. Und unser Feuerklaue. Miau. Ach, halt die Schnauze mit deinem Miau, Junge. Ne, heute spielen wir mal den Job Großwildjagd 1. Er ist ja neu rausgekommen. Was, ist der? Echt? Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal, bevor wir hier jetzt noch die Leute zulabern. Mit irgendeinem Mist, von wegen neu und so, das interessiert doch sowieso keinen. Dein Stundenfolge. Jo. So, halt. Und immer noch im Hauptmenü. Ja, Mann. Sitzung wird gestartet. Jetzt hört auf, hier rum zu jammern. Ich habe da noch nie gespielt, was müssen wir denn hier machen? Da bist du im Panzer, Alter. Ja, richtig cool. Was ist das denn? Ich will nicht bei Jäger sein. Ich bin Jäger. Ja. Bist du Jäger? Ja, ich bin auch Jäger, ja. Gut, wir bleiben im Team. Oh Gott. Was soll ich für ein Auto nehmen? Egal, ich nehme einfach irgendeinen. Ich nehme jetzt den hier. Sag mal, wie heißt der? Den du genommen hast. Meser. Ja, nehme ich den auch. Ich bin bereit. Au. Ja, Mann. Hast du schon meine neue Friese gesehen? Nee, Mann. Richtig schön. Wir müssen jetzt versuchen, Julian, ach, Maxi in dem Panzer zu töten. Da passt dir auch gleich eine neue Friese. Wir haben nur Haftbomben. Wie das denn? Wir haben nur Haftbomben. Wir können nur Haftbomben auf den werfen. Aber unendlich, ja? Nein. Ja. Okay. Aber du kannst trotzdem immer nur fünf machen, ne? Wie immer. Also wie ganz normal. Ja, ja, das ist klar. Ja, ja. Wo ist der Penner denn? Ah, der hat mich schon wieder im Visier wetten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Fahrzeug ist äußerst langweilig. Hallo? René, ich lenke ihn ab. Ah, okay. Ich lenke hier gar keinen mehr ab. Ich bin tot. Ich auch. Dieser Wichser. Nein. Wieso siehst du so komisch aus, Alter? Was hast du denn gemacht? Bist du in irgend so ein Grab gefallen oder was? Mann, Mann, Mann. Die Karre ist irgendwie voll scheiße. Mit dem einen Gelände. Der schießt mir auch immer nur Mist, ey. Ich habe ihn angehittet. Ah, ich hänge fest. Scheiße. Hat mich auch angehittet. Ja. Du hittest ja auch an und ich bin direkt tot. Mann, 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 Mann. War keine gute Idee. Mach das so wie ich. Ja. Nein. Wieso dreht die Karre sich? Scheiße. Also gestern, als wir so gezockt haben, hat das viel besser geklappt. Also, erste Minute und ich muss sagen, der Modus ist scheiße. Warum? So oft wie ich schon gestorben bin. Mein Gott, stell dich nicht an. Ich bin auch schon fünfmal gestorben. Ja, ich komme gar nicht da dran, Alter. Ich habe dich trotzdem noch erwischt, Maxi. Nein. Ich habe deinen Panzer angekratzt. Alter, wie viele Autos hier schon von uns einfach nur rumliegen. Du kriegst mich nie, du Penner. Aua. Das sagen sie alle. Und am Ende sind sie schwanger. Schieß doch mal auf René und nicht immer nur auf mich. Habe ich dich noch erwischt? Bisschen. Cool. Immerhin etwas. Alter, da kommst du gar nicht dran. Geht nicht. Ja, ne? Wir haben nur noch 20 Sekunden. Da musst du Taktik anwenden. Es gibt keine Taktik in GTA. Doch. Mann, 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 ist das scheiße. Bin tot. Ah. Runde Verlierer. Wir nehmen... Falls das jetzt... Okay. Wir nehmen, glaube ich, einen anderen Wagen, falls man das nehmen kann. Bin ich jetzt immer Jäger? Nein, nein, nein. Nicht immer. Glaub ich. Bin schon wieder. Bist schon wieder Panzer? Ja. Das ist zweimal Panzer und dann... Wenn du vier Runden eingestellt hast, zweimal Panzer und dann... Ich habe dreimal... Äh, drei Runden eingestellt. Müsste irgendjemand von euch gleich deinem Panzer sein? Also wenn René... Gleich im Panzer sitzt, den installiere ich GTA. Warum? Alter, weißt du, wie du mit dem Panzer immer die ganze Zeit rumballerst? Ich kenn dich doch. Ey, ich war noch gar nicht da, weißt du? Also... Scheiße. Unmachbar. Sagen sie alle. Ja, ist klar, René. Versteck dich woanders. Was denn? Ja, bringt nichts, Alter. Geht nicht. Nicht zu schaffen. Schade, dass man nicht aussteigen kann. Ja, den Zaun kannst du auch nicht kaputt machen. Ich wollte einen Jet nehmen. Geht auch nicht. Fuck. Oh man, das ist aber auch echt scheiße. Das... Ne, das geht nicht, Alter. Das funktioniert nicht. Wer hat der... Wie hat die Rakete geschossen? Ich gebe ja nicht schnell auf, aber das ist nicht machbar. Nicht zu zweit. Fuck, ich bin voll hängen geblieben. Mann, das kann doch nicht sein. Das ist echt nicht machbar, war. Aber ich finde einfach, das macht trotzdem voll Bock. Der hat mich gar nicht getroffen, weißt du? Der hat hinter mich getroffen. Stehe ich auf irgendeinem Parkplatz? Ja, ey. Eine Haftformel nimmt ja noch nicht mal 10%, ey. Ja. Also Julian und ich haben den gestern 10 Haftbomben verpasst. Dann ging der kaputt. Da hätten die ruhig mal anders machen können, ey. Oh. Erneut Runde-Verlierer. Ja, der im Panzer sitzt, der hat einfach voll den Vorteil, weißt du? Mhm. Ja, das mag ja funktionieren, aber nicht, wenn du nur zwei Jäger hast. Das funktioniert nicht. Das ist viel zu wenig. Das ist mindestens drei. Wie viele können denn eigentlich dann generell mitspielen? Von zwei bis acht. Ja, acht siehst. Und dann hast du sieben Jäger und ein Panzer. Da ist das schon eher machbar. Nee, nee. Und ich... Ja, schon wieder, ey. Ja, hier ist schon wieder, Alter. Nee, Alter, das... Dann muss nächste Runde... Nächste Runde muss dann... Es gibt keine nächste Runde, das ist Runde 3. Komisch. René, warte, machst du ein Pause-Menü? Guck gerade jemand nach, geht ganz schnell. Mann, du kleiner, bekiffter Eichhörnchen-Ficker, du. Oh Gott. Oh, ich häng hier... Nein, ich häng fest, das ist scheiße. Fuck, lass mich in Ruhe, ich häng fest. Scheiße. Oh Gott. Komm, ich hab den angehittet. Kriegst du den? Nein. Wir müssen beide. Auf beide kann er nicht schießen, Alter. Hilf mir! Ja, komm, jetzt, jetzt. Ich hab mich geopfert, hast du es geschafft? Krieg die Haftbombe denn hin, Alter. Flieg den in den Himmel. Nein, ich hab's nicht geschafft. Komm. Oh. Okay. Scheiße. Kleiner Schamha-Afro, du. Ich hab Selbstmord begangen. Seit wann das denn? Vor allem wie hab ich Selbstmord begangen? Du hast die Haftbombe da geschmissen. Habe ich dich wenigstens noch erwischt? Nein. Jetzt aber, oder? Nein. Ernsthaft. Ich bleib hier stehen, das bringt eh nichts. Bullshit, Alter. Ich bleib auch stehen, mach nix mehr. Oh Mann, Mann, Mann. Wir haben's echt nicht leicht. Fünf Sekunden, da brauchen wir gar nix mehr machen. Und Match-Verlierer. Ich krieg nur zwölf Japaner-Punkte. Ich sechzehn. Schön für dich. War nicht schwer im Panzer. Der Modus ist scheiße, wenn man zu zweit ist. Spiele ich nicht noch mal zu zweit. Dann mach mal ne anderen. Drück fortfahren! Kann ich nicht. Wir müssen zehn Sekunden warten. Ja. Ich hab 40 Kills. Komm out to play. Kennt ihr das? Ah, wir machen mal aktualisieren. Mal gucken, was das da so schönes gibt. Gefährlicher Anhänger. Habe ich noch gar nicht gespielt. Cool aus. Sind wir da wenigstens in nem Team, ja, ne? Weit ich nicht. Ja. Machen wir mal auf schwer, wa? Oh, ich seh jetzt schon Panzer und kaufen. Ey, noch nicht starten, wa? Ich kann nix kaufen, alter. Ah, jetzt. Kann ich starten? Alter. Ja, kann's machen. Gib mal auf, non-stop-pop. Ach, stimmt ja. Gamer und so. Wie du scheiße. Ich weiß. Sitzung wird gestartet. Oh, da steht ein Insulens. Ich hab gar kein Auto hier. Mein Auto ist weg. Wir müssen alle mit deinem fahren. Hallo, wartet auf mich. Das ist ja auch weit. Da hätten wir auch laufen können. Ohne Scheiß. Nein. Oh, nee. Ja. Ich bin was. Ja. Also, wir müssen nichts mehr machen. Oh, ich werd' angeschossen. Oh, ich nicht. Hey. Oh, ich werd' eingeschossen. Oh. Ich bin fast tot. Ich noch nicht. Reloade, du doch. Oh. Aua, aua. Aua, aua. Ich bin fast tot. Du wirst nicht verhalten. Nee, nee. René beschützt mich. Ah, toll. Ich hab' eine Panzerung noch. Weiß einer überhaupt, was wir machen müssen? Ja. Ich auch nicht. Ja doch, dann Anhänger ihn klauen. Oh nein, bitte nicht. Hey! Klau mir nicht meine Kills! Ah, geht doch. Scheiße. Scheiße. Einer von euch nimmt jetzt den LKW und klaut den. Ich lauf hier rum. Ich hol jetzt erstmal den LKW, ja? Ja. Ich lauf hier rum. Fahr' den mal um den Affen da. Räum den Weg mit meinen Jöhnen. Platter Reifen ist nicht so cool. Nee. Ne offene Tür aber auch nicht. Jetzt hab' ich auch einen platten Reifen. Jetzt hab' ich zwei. Einer. Oh ne, ich lauf' dauert zu lange. Lauf du mal. Ich kletter' hier hoch. Nee, lieber nicht. Ich komm' da nie wieder runter. Beziehungsweise, wenn ich runterkomm', bin ich tot. Komm' du Äffchen. Ja. Boah, hier könnte man sich voll geil verstecken, Alter. In so'n Ding. So'n kaputten Kanister. Ah, du Oster. Was hast du da gemacht? Ich hab's gesehen. Und jetzt ist er auch noch hochgegangen. Ja, ich hab' die Haftbombe halt gesehen. Löhnen sie schnell weg. Reflex. Wieso schmeißt ihr die Haftbombe? Seid ihr so? Er schmeißt doch so. Hm, aber ich treff' ja niemanden. Also ist das doch egal. Ich hab' ein Insuence getroffen. Das war ich nicht. Bam. Ja, was dann? Holt euch mal ein Auto, ihr müsst mich jetzt beschützen. Ich fahr' mit dir mit. Der Trottel hat ja sein, äh, Auto versenkt. Das war meins. Das war dein Insuence. Fahr bloß ordentlich. Maxi, hast du jetzt mal ein Auto? Hä, das ist ja mein T20. Nee. Das ist mein Auto. Achso. Ich wollte schon sagen. Aber wieso, wo ist denn mein Auto? Ich hab' hier gar kein Auto von mir stehen. Tötet sie. Ja, ich such mir grad ne... Ah, komm, scheiß drauf. Boah. Geh da weg, Mann. Kleiner, geh da weg. Boah. Hinter uns, wa? Ja. Und der andere fährt vor. Ach, okay, da ist auch was. Habt ihr gesehen? Ja. Da ist ne Frau auf der Stelle gelaufen. Achso, nee, das hab' ich nicht gesehen. Aber ich bin fast tot. Hm. Ich hab' nur noch halbes Leben. Beziehungsweise inzwischen wieder halbes Leben. Aber ich glaub', jetzt kommen keine mehr. Wir sind ja fast am Ziel. Und jetzt kommen da so 200 Leute. Aua, Aua. Reinen Sohn. Stirbt ihr komischen Menschen. Ich schieß einfach mal auf die Autos. Naja, ich feier nicht. Ich kann ja nicht. Das ist mein Auto. Ich weiß. Ja. Ja, ist der tot. Weil ich den hinten so ein bisschen berührt hab. Hm. Hm. Ja, GTA ist schon so ein sinnvolles Spiel. Und da kann man denn Menge bei lernen. Zum Beispiel. Den Führerschein kann man hier üben. Ja, zum Beispiel. Und man lernt ne Menge über Physik. Zum Beispiel. Jeder normale Mensch holt eine Panzerfaust aus seiner Hosentasche. Zum Beispiel. Ja, Mann. Mission bestanden. Juhu. Mann, nee, Mann, nee, Mann, nee. Nur 14.000? Geht. Wie lange hat der Job jetzt gedauert? 5 Minuten oder was? Keine Ahnung. Irgendwie so. 30. Aber... Wir melden uns... Bei der nächsten Folge wieder zurück. Ja, äh... Ne, würde ich sagen. Können wir. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedergesehen. Tschüss. Tschüss.